In einem ersten Akt wurde von der Bundesregierung frei nach dem Motto »Was nicht passt, wird passend gemacht« der europäisch festgelegte Grenzwert für Stickoxide infrage gestellt. Wenn man 25 Prozent drüber liegt, na, das dürfe doch keine Konsequenzen haben. Dabei wurde von der Bundesregierung dieser Grenzwert selbst auch mit beschlossen. Ziemlich irre. In einem zweiten Akt hat sich das Bundesverkehrsministerium dazu entschieden, die deutsche Umwelthilfe mundtot machen zu wollen. Dabei klagt diese lediglich geltendes Recht ein, und zwar erfolgreich. Ich frage mich, wann der nächste missliebige Verein derart unter Druck gesetzt wird. Mit Verlaub, das ist Orbán-Style. Und ich sage es mal so, der jetzt nachgebesserte Entwurf ist ein bisschen weniger schlecht als der erste Versuch. Viele praktische Fragen bleiben nämlich offen. Wie sollen Fahrzeuge mit ausländischen oder gefälschten Kennzeichen kontrolliert werden? Wer entwickelt eigentlich die notwendigen Überwachungssäulen? Wie lange dauert das eigentlich, und was kostet Aufbau und Instandhaltung? Es gibt die Technik nicht. Der Bund will das auch nicht bezahlen. Die Bundesregierung will hier nur Aktivität simulieren. Das ist eine Farce. Dabei gibt es eine einfache, datenschutzkonforme und günstige Antwort. Die blaue Plakette. Wie bei der grünen Plakette kann man da allgemeine Verkehrskontrolle machen. Man kann den ruhenden Verkehr kontrollieren. Das ist eine sinnvolle Lösung. Aber statt sich auf diese einfache Lösung einzulassen, schaffen Sie lieber überkomplexe und teure Regelungen mit Ausnahmen von Ausnahmen für Ausnahmen. Das, meine Damen und Herren, das ist eine Blockade der Bundesregierung gegen gesetzliche und gerichtliche Vorgaben. Und das muss ein Ende haben. Vielen Dank. Vielen Dank.